Hallo liebe Leute, ich habe jetzt Camping Cora verlassen, bin auf dem Weg weiter Richtung Osten und ja, ich weiß noch nicht wohin, ich fahre jetzt gleich an den See, mal gucken ob man da rankommt, den schaue ich mir mal an. Ja, bleibt dran, wir sehen uns, bis später. Mal gucken, wo wir jetzt hier gelandet sind. Wow, sieht doch schön aus. Wow, schöne Stelle zum Schlafen. See, Feuerstelle. Feuerstelle. Es scheinen auch öfter mal welche zu stehen. Ja, zur Not schlafe ich hier. Stelle schon mal gefunden für heute Nacht und jetzt versuche ich irgendwie an den Strand zu kommen. Am besten mit kostenlosen Parken. Hallo liebe Leute, ich habe mir jetzt einen Fischburger bestellt und bin gespannt, wie der schmeckt. Bis später. Mein Burger ist gekommen. Ja, wie ihr seht, der Burger war scheiße. Schlecht. Voll mit Soße, hat nur gesippt, fettig. Hier komme ich nicht nochmal her. Bin voll gefressen. Hab aber die Hälfte nicht gegessen. Das hat gar nicht geschmeckt. Nur Fisch rausgegessen. Oh, ist das hier leer. Guck mal, Gabi, wie viel Platz hier ist. Von wegen hier ist es voller. Guck mal, da haben sich welche eine Höhle gebaut. Guck mal, da sind keine Höhle. So, da geh ich gleich rein. Prost, liebe Leute. Anfbier. Anfbier. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich habe einen Ameisenhaufen entdeckt. Es lebt. Und dann hier wieder sowas. Ich glaube, hier war mal ein Campingplatz. Der verlassen ist. Hier sieht ganz danach aus. Hier könnte man wildzelten. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Zugeschlossen. Doppredan, liebe Leute. Ich habe jetzt einen Schlafplatz für heute Nacht gefunden. Hier war ich ja vorhin schon mal an der Stelle. Und näher am Wasser kann man, glaube ich, nicht stehen, oder? Schaut euch das an, wo ich stehe. Oh, ich stehe im Lagerfeuer. Jetzt weiß ich, was mich da gebremst hat. Hier bin ich ganz allein, habe jetzt meine Ruhe. Schmuck hier. Die Lagerfeuer. Untertitelung. BR 2018